Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Let's Play Clash of Clans. Heute habe ich mir gedacht, da meine Baban jetzt endlich auf 6 sind, dass wir direkt einen Angriff mit den starten. Läuft. Oh ja. Smiley. Smiley. So. Okay. Ich würde mal sagen, ich starte den Angriff dann mal und ich werde die Gegnersuche überspringen. Bis gleich. Ich glaube, den nehmen wir. Ich weiß ja nicht, wie stark diese Baban auch 6 sind. Fangen wir einfach mal an. Ich hätte erst gucken sollen, ob wir in Riesenwochen sind, aber sind sie anscheinend nicht. Ist schon mal gut. Jetzt so eine Reihe Bogenschützen hinterher. Nein, nein. Nicht den Bildschirm bewegen. Und Clan-Truppen kommen raus. Super. Scheiße, ey. Auf dem PC das zu spielen ist so scheiße ohne Multitouch, ey. Komm, 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 komm. Eine Riesenbombe. Egal, hat nicht viel erwischt. Jetzt sitzen wir hier alles hinterher. Ja, komm, setz mir ein Zauber, Juro. Bogenschützen hinterher. Damit wir wenigstens etwas Loot bekommen. König hinterher. Bogenschützen, König hinterher. Oh ja, das klappt sogar. Ja, die Bewahrnimmel 6, die geht schon etwas ab. Jetzt finden wir den König noch. Da ist noch eine Bombe. Ja, das ist noch eine Bombe. Ja, wir haben fast alles bekommen. Läuft. Warte mal. Oh nein, da war eine Mine voll. Ja, egal. Ach, die Mine bekommen wir sogar noch. Junge, 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 die bewahren werden echt auch 6. Sind voll strong und so. Ne, Spaß. Ähm. Jetzt auch mal den Barbarenkönig down. Reinbogen, Schütze. Ja, da sind noch zwei. Aber ich glaube, ich beende mal den Kampf. Ach, das war ja sogar nice. Läuft. So. Wutzauber nachproduzieren für den CW. Ja, also bevor ich jetzt beende, wollte ich euch noch fragen, was ich als nächstes upgraden soll in dem Labor. Also was ich als nächstes upgraden will, ist entweder der Wutzauber oder den Pekka auf 3. Oder ein Heilzauber. Was ich nachher upgraden werde, könnt ihr entscheiden. Schreibt es mir einfach in die Comments und dann werde ich mir das raussuchen. Also, ja. Schreibt es mir immer in die Comments, was ihr meint, was ich als nächstes upgraden soll. Ja, also ich würde mal sagen, das war's dann für heute. Ciao. 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 Ciao.